Als Bäuerin und als Verbraucherin und als diejenige, die Nahrungsmittel zubereitet, ist die Zuckerrübe natürlich auch aus dem Speiseplan nicht wegzudenken. Das ist einfach genial. Also für mich ist die Zuckerrübe einfach unverzichtbar als regionales Produkt. Wir brauchen sie auf dem Speiseplan, wir brauchen sie einfach als Genussmittel bei uns und mir ist es lieber, sie wächst direkt vor der Haustür, als dass wir sie von Übersee importieren müssen. Untertitelung des ZDF, 2020